Er hat jubelt über das 3 zu 2 in Wolfsburg. Ich bin heute glücklich, weil wir in Wolfsburg gespielt haben und die Mannschaft von Schmadtke gewonnen haben. Und mein Trepp ist immer zu meinem Leben. Sie wollten jetzt Jörg Schmadtke damit auch noch was sagen? Ja, ich schaue ihn hier zu gewinnen. Weil Sie sich mit ihm nicht mehr so die guten Endungen haben? Ich schaue ihn hier zu gewinnen und in Wolfsburg in die Krise zu schicken.